Hi zusammen. Hallo zusammen, wie geht's euch? Gut, und selbst? Wo ist eigentlich der Cedric? Sonst lass schon mal ohne ihn starten. Ja, ich hab dann schon mal die Vertragsplan vom letzten Quartal mitgebracht. Hi Leute, wie geht's? Hey. Arbeiten im Homeoffice? Bei uns kein Problem. Finde deinen neuen Job auf jobs.timocom.de